Alle Spiele, alle Clubs, alles live. Die DEL auf Telekom Eishockey. Noch knapp 30 Sekunden Powerplay, Hörtler für Florian Busch. Nochmal Hörtler und der direkt Abnahme und das Tor für die Eisbären. Konstantin Braun hat er abgezogen und möglicherweise, so deutet Laurin Braun an, noch abgefälscht. Auf jeden Fall rutscht sie durch hinter Dennis Endras und das 2 zu 0 für die Berliner.